Hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Wars The Old Republic. Ähm, ich bin's, der Black und der Dü, der nimmt hier an diesem Deathmatch leider nicht teil. Nee, genau. Ich habe Matafi, Mavara, Baron Todessiegel. Ich bin das Schlechte in der Runde, natürlich. Ja, so, heute ist es halt auch so richtig, bisschen, Faulwürmer und Froschhunde. Das erste Team, dem es gerecht, das andere zu vernichten, gewinnt die Runde. Genau, ihr hört die jetzt sicher quatschen, ich höre überhaupt nichts, weil, ähm, ja, Hutten, die da zwischen Reihen rennt, äh, huttet. Solange er rumhuttet, ist ja alles cool. Ach, Mann. Ach, Mann, genau. So, gucken wir mal, vielleicht kann ich ja heute mal was reißen, ich bezweifle es. Zumal ich ja hier der Schwächste in der Runde bin, das heißt, es ist schon klar, auf wen die jetzt... da erst gehen werden. Äh, äh, Ex-Karcoon, obwohl, die sind drei. Die sind drei, wir sind vier. Hm, noch Chancen. Trag dich nochmal ein, vielleicht kriegst du ins gegnerische Team. Sind die noch nicht voll, oder was? Nee, da steht drei. Ich trage mich einfach nochmal ein, ich habe die Liste verlassen, habe ich nochmal eingetragen. Aber, ich weiß jetzt nicht, was das wird. Wenn du nicht direkt, wenn du nicht direkt einen Invite kriegst, äh, ist wahrscheinlich nicht, dass, äh, dass du hier mit rein bekommst. Komisch, ist natürlich dann die Frage, ne, wie, wie das Prinzip halt funktioniert, ne? Bei euch fehlt ja eigentlich einer, ne? Ne, uns nicht, den anderen. Ich bin ja eigentlich, also den anderen halt, ne? Also bei euch halt in der, äh, Gruppenfindung. Oh, die Nacktsche ist wieder mit. Die Nacktsche ist bei uns. Die Nacktsche, ja, ja, ich habe die Nacktsche. Ja, ich habe ein PvP-Spiel. Geht da rein und zerbreicht euch. Okay, gut, dann mache ich meine Anmoderation. Ja, mach du. Ähm, ich, ähm, den bei so und so. Ich müde mich auch mal, weil du, wie gesagt, ist jetzt ein bisschen getrennt, die Folge, aber es steht ja nichts. So. Ich bin hier mal zurückzoomen und. Ich bin der Schwache von euch, ne? Denkt dran. Kein guter Tag, ein Faulwurm zu sein. Weißt, warum das? Also ich habe auf jeden Fall 15 Minuten PvP, nur so als kleine kurze Information noch für dich. Ja, das habe ich nicht, leider. Schade. Ja, das hast du leider nicht. Was hast du denn, was hast du denn vor eins erwischt? Oh, was ist denn nur wahre Küsse? Achso, das hatten wir auch schon. Ja, das, was wir meistens schon immer verlieren, halt, ne? Daher war die Win-Wade meistens immer relativ niedrig. Genau, weil ich nur dann verliere, wenn du. Über beides, genau. Ja, ja, genau. Richtig. Was ja meistens dann der Fall war. Naja, okay. Gut. Wie läuft es bei dir? Äh, ich bin gleich down. Hey, sind die anderen nicht nur zwei, sogar? Jetzt sind sie voll. Jetzt sind sie voll. Ja, trakt dich halt einfach nochmal irgendwo ein, dann. Ja, ja, ja. Weil es wird ja nur fünf Minuten laufen, halt. Genau, genau, genau. Ist ja wirklich so. Äh, hat es noch gar nicht gestattet. So, also hier soweit sind wir, ich bin von wegen down, haha. Ich glaube, ich kann sowieso nur maximum fünf Kriegsgebiete machen. So, neun Starter, ne? Bei dir dürfte es vielleicht auch gar nicht mehr sein. Ne, 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 ne. Ich muss jetzt nochmal ein bisschen wegrauen. Oh, ich kriege noch ein bisschen Heal. Sehr gut. Puh. Ne, 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 ne. So. Komm, lass doch mal hier. Ja. Jawoll. 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 Je, 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 je. Oh, verdammt, jetzt hat es mich auch erwischt. Aber, es steht 2-2. 3-3. Es ist machbar, Leute. Es ist machbar. Gebt euch Mühe. Gebt euch Mühe. Sagte schon, der Volke Rühe. Wo ist eigentlich mein Schild? Den muss ich mal wieder in die Fähigkeiten tun. Ähm, Missionsfähigkeiten P. Der ist wahrscheinlich rausgerutscht. Als ich hier umgestellt habe. Oh, da kann ich jetzt sogar von drinnen zugreifen auf die Stellung. Okay. Mhm. Okay, auch nicht schlecht. Wir haben die westliche Stellung. So ist es. So. Ja, Glückwunsch für dich. Äh, wo ist mein Schild? Ja, dankeschön. Wo sind die anderen eigentlich? Ja, so ruhig. Auf Karte gucken. Die Froschhunde heizen den faulen Würmern ein. Was für eine Show. Jawoll. Die Runde ist vorbei. Sie geht an die Froschhunde. Sehr gut. Ja, es lief doch gar nicht mal so schlecht. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich, äh, so lange überlebe. Ich hab's gut geschafft. Ich hab, äh, die, so lange tanken können, bis die anderen den ersten, äh, von denen down hatten. Muss ich halt eher den Tank machen, muss ich halt eher den Tank machen, als den, ähm, ja, den, die Idee. Aber es zählt ja auch nichts. Ja, aha. Sozialmunition. Nee, Kondant oder Soldat. Geht schon los. Zeit für eine weitere Runde. Ja. Zeit für Schmerzen. Das ist doch gut. Genau. Bin ich auch. Jetzt komm ich, jetzt komm ich nicht hier raus. Ich finde die Schutzschilderfähigkeit nicht mehr, das ist doof. Wo ist die bloß hin? So. Okay. Oh, jetzt bin ich. Ach man. Ja, okay. Ne, 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 ne. Die werden wahrscheinlich wieder auf mich gehen wollen. Mit kleinen Säckeln. Bin nämlich immer noch der Schwächste. Immer noch der, mit dem es am wahrscheinlichsten ist, dass man da mal drauf haut. Genau. Äh, ich kann jetzt gar nichts machen. Jetzt. Ja, 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 ich brauch viel, ich brauch viel, ich brauch viel und zwar viel. Oje, 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 oje. Nein, 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 nein. Ja, bei uns sieht es doch nicht so schlecht aus. immer auf mich einer für alle aus mich das kann ja wohl auch nicht sein ja hier gerade gar keinen schaden aber wie genau so wie vorhin er ist gestorben ich bin gestorben aber ja noch ist es machbar den healer haben sie jedenfalls down von denen das heißt das würde eigentlich gut sein genau wir haben halt keine tanks die haben dafür zwei haben wir jetzt alle gestand das nicht aber es ist machbar leute ihr schafft das ein epischer kampf ging nie so lang bei uns das ging ja ich kämpfe schon sieben minuten oder beziehungsweise die kämpfen sieben minuten gleich ist aber geschafft denke ich es sind die sind fast da und die sind fast da und die materie ist auch weit unten aber das geht ja ja gleich gleich wenn ich noch vom mensch fall um exakun ist abgehauen der hat sich irgendwo verzogen von uns ist einer tot nämlich ich und ja da ansonsten wir von den anderen sind drei tot und der andere wird gerade von dreien bearbeitet ich glaube er rennt auch nicht mehr weg der hat aufgegeben sieht gut aus 2 0 für uns wer ist ein guter faulwurmkiller dieser froschhund da und ich rechne jetzt einfach mal damit dass er dass ich auch ein bisschen was damit zu tun habe natürlich diese scharer die gut geheilt hat plus auf jeden fall gerade dankt euch für eure brutalität spielt mal wieder und komm schon komm schon komm schon so ansonsten müssen wir leider ein bisschen bei du jetzt mit anhören ja genau bei uns ist ein auch ein epischer fight sehr sehr ausgeglichen ja nur weil ich nicht da bin dass sonst wäre es schlimmer so ich liste mich mal ja genau richtig das stimmt allerdings als gruppe als einzespieler weil wie gesagt irgendwie als gruppe werden wir permanent wieder rausgeschmissen also können dann auch nicht mehr laden genau es funktioniert überhaupt nicht merkswürdig ursust merken ist gewürzig so da oben habe ich auch eine quest julani wurde besiegt hey woher siehst du das denn weil ich außerhalb von deinem pv-flieg deiner kq ähm deiner kq sag ich schon wieder außerhalb von deinem schlachtfeld immer noch wieder mit dir in der gruppe bin und äh da ich bin ach so ein gruppe bin sehe ich ja wie du gestürzt ach so okay aktuell steht 86 zu 70 prozent für uns das ist ganz ok aber ich glaube die nehmen gleich einen geschützt auf jeden fall einen hier habe ich so das gefühl du musst dir mal ein bisschen mühe geben ja probiere ich ja gib dich mühe dich allein ich renne ein bisschen auf oricon rum oh ich krieg auch das nächste in einem ja entry dann geht's los oh das ist das neue das ist das neue das kenne ich nämlich noch nicht jaja na mal schauen suche mächtigen kampf äh 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 erobere deinen aktiven kontrollpunkt für dein team indem du einen holobereich stehe äh in dem holobereich stehst für jede sekunde die der kontrollpunkt gehalten wird erhält dein team punkte äh so ruhig mächtige kampfmodifikation äh friedikation für die übungen äh die für die übungen entscheidend sein könnten okay na mal schauen ich war hier noch nie drin willkommen auf dem allianz prüfungsgelände weitere informationen klicken sie hier okay es gibt jeweils sieben runden jeweils 90 prozent da der 90 sekunden dauern es werden alle zwei drei runden Kontrollsektor gehalten und das was da stand wird schon nicht stöhnen wird schon schief gehen so wenn du raus bist kannst dich noch schnell mit eintragen oh die nackes ist die nackes aufgetan ich seh die nackes nicht wo sind meine nackes nacki nacketai nacketai tut gut Sauerei kein nACKETAI Mann mir fehlen die nackes ja gut schade schon wieder tot Okaynsst hier oben haben wir jörg mal hier kurz damit ich diese anzeigen da oben sehe deaktiver ich einfach mal eiskalt alle quests ja momentan sieht das ganz gut aus für uns 86 zur 46 mittlerweile ja also das hier ist wahrscheinlich einen bisschen aufgebaut wie ja, ich würde es wie die das PvP-Turnier von Fiesta vielleicht, weil du hier verschiedene Punkte, glaube ich, halten musst. Echt? Hier sind vier verschiedene Punkte zu halten. Artefaktkammer und soweit ich weiß, gab es da auch irgendwelche Abs, die du da hast. Ne, fünf verschiedene Punkte. Fünf verschiedene Punkte, die du halten kannst. Das Techniklabor, Verteidigungskanone, Hangar, Kantiner und Artefaktkammer. Ja, sieht nicht schlecht aus, gefällt mir. So, okay. Oder, warte mal. Ne, halt, ne, du musst immer nur zwei verschiedene gleichzeitig halten, scheinbar. Die, die blinken, nehme ich mal an. Ich renne mal dem da hinterher. Jo. Okay. Spinti. So, der war meine, ganz einfach. So, hier lang. Auf jeden Fall schön. Aber auch, dass hier immer immer neues Zeug dazu kommt. So, hopp. Einfach PvP-geschnetzelt. So einfach ist es hier. Ja, wohllelelelelelele. Bin sehr gut ziemlich zufrieden. Also, bin ganz gut dabei. gar nichts was ist das im prinzip halten und punkte sammeln momentan haben die das ding aber weil die irgendwie bisschen eher waren als wir wir müssen das teil hier darin kriegen jetzt ist echt mit dem gildenturnier von fiesta zum stück weit gleich zu setzen ja man könnte es vielleicht ähnlich setzen so einmal hier ja jetzt gehört das teil uns genau jetzt haben wir punkte dann weiß ich zumindest mal was gemeint ist ok ja trotzdem schaut halt einfach mal beim black verein in die folge weiß nicht ob es das auf meinem kanal noch geben wird weil die wahrscheinlichkeit dass ich da reinkommen ist halt nicht zu 100 prozent gegeben so den ein oder anderen kriegsgebiet geben aber kampfmodifikationen ich habe keine ahnung was das ist kontrollpunkte wurden aktiviert einer gehört schon bei uns das ist gut okay kontrollpunkt hier lang ist ja voll komisch dass du wie das angezeigt wird hier wo bin ich denn ich sehe mich hier jetzt gerade überhaupt nicht ah da ne ah da unten jetzt sehe ich mich voll verkehrt gelaufen wahrscheinlich halb so wild was ist das da eine kampfmodifikation geh mal hier ah ne nur ein bisschen heal naja okay die anderen sind hoffentlich ein bisschen besser drin äh ich so bei weit nicht lalalala ja neun Medaillen habe ich kommt alle zu mir kommt alle zu mir gut 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 ach ja scheiße jetzt brauchen wir noch einen scheiße vielleicht gibt es neue kontrollpunkte ich freue mich so ähm wellenwiedereinstieg äh in fünf sekunden steigst du wieder ein okay ganz toll äh und nu kontrollpunkte aktiv lasst nicht zu dass der gegner sie euch wegnimmt hm ich gebe mir mühe so mal ein bisschen pvp hier leiden ich renne dem einfach mal jetzt mache ich da ja ja ich kriege den jungen ich kriege den äh normal haha ich корп Aktionalität ich sterb gleich hinter Himmel ein gern gleich dieTIX das ist nicht ich will doch immer nur dass der FAF UIT NICHT net Mitch gehalten wird es ähnelt es ähnelt der dinge und wir stinken hier gerade stark ab obwohl ich ein bisschen verhindern konnte glaube ich den einen punkt dass der aber gesagt die karte ist nur ich muss mich hier orientieren wie es so schön heißt und das ist verdammt schwierig okay das war's bei mir wir haben gewonnen ihr wollt sich eigentlich so ist es so schauen wir mal vom schaden her werde ich wahrscheinlich unterirdisch mit dabei sein ja das merkt man halt schon ein größter treffer seit vier geniezt daran liegt das dann wohl so machen wir hier ceria und wir verlassen das flicks gebiet und ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis zum nächsten mal ciao jo bis denne tschö also bei du ich muss noch ein paar minuten kontrolpunkte werden aktiviert ja ich krieg den kontrolpunkt dafür haben die anderen zwei ein naja ich muss den gehalten hat zu tun okay da haben wir doch ein Wellen-Wiedereinstieg. Ja, das dauert so lang. Mhm. Hobby-Jungs, das kriegen wir. Wo muss ich denn hin? Ja, das ist eine gute Idee. Können wir auch hin. So, okay. Wir halten uns bereit. Kontrollpunkte deaktivieren. Mit Matafi jetzt gerade draufholen. Das hat ganz gut geklappt. So, wo bin ich denn hier? Beim Flugzeug? Ja, das ist auch eins. Sehr gut. Jetzt haben wir zwei. Hm, das war nicht so schön. So, jetzt. Aha, okay. Ah, der hält sich aber gut drauf. Na, hier kommt schon mal keiner. Gut. Das ist gut. Na komm, Junge. Komm, Junge. Na, die Folge geht schon ewig, aber es zählt nichts. So. Juhu. Ich habe wieder einen down. Oh, da ist hier der nächste. Komm, ich bin jetzt arg langsam, aber leiser, aber ja, ihr wisst ja. Geht nicht anders. Okay. Konzentriert bleiben. Auf jeden Fall. Wir haben ein bisschen aufgeholt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ähm, wir müssen mal schauen, wie geht's weiter. Ähm, die anderen. Äh, so, hopp, 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 hopp. Äh, ich glaube, wir gehen die Mama. Rein da, genau. Rein da, holt ihn euch. So, komm her, Junge. Das kriegen wir hier aber schon. Das wird schon. So, ne, die mal noch. Komm, Junge, mal um. Ja. Okay. Das heißt, dieser Kontrollpunkt kann von uns gehalten werden. Das ist immerhin was. So. Oh, zwölf Medaillen. Gar nicht mal schlecht. Immerhin. Immerhin. Oh ja, ich seh. Ne, da komm ich zu spät. Brauchen wir nicht anfangen. Also, 7500 Verteidigungspunkte. Cool. 13 Medaillen. Nicht schlecht. Ja. Okay. Ja, genau. Auf jeden Fall. Fantastische Arbeit. Auch danke, dass ihr fantastisch zugeschaut habt. Allianz Prüfungsgelände. Fortgeschrittener Schadensbonus. Ja, Allianz Prüfungsgelände. Kredite. Elite Schadensverursacher. Der hat fast 50.000 Schaden. Geile Sache, das. Also, danke nochmal auf jeden Fall an den 70er LP für den Dingens. Tolle Sache. Und, ja. Dankeschön fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü